Er rutscht da auf den Ball aus. Kein Abseits, Klinsmann und Tor. 1 zu 0 durch Jürgen Klinsmann. Sein erstes Tor in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Für den Stuttgarter hier sehen wir es. Die Schweizer haben in der Abwehr ein bisschen gezögert. Wir hofften auf den Abseitspfiff. Der kam nicht. Dafür der Treffer zum 1 zu 0 in der 57. Minute. Durch Jürgen Klinsmann vom VfB Stuttgart.